Andrea sagt Hallo! Hallo! Du seht zwar nicht das Abo? Richtig! Juchu! Wo ist eigentlich der Zimmer? Peter! Hey, ich bin mal auf dem Fallschwurm! Ich habe aber nicht so sehr! Hallo! Grüe! Katja, mal grüßen Sie da! Bei uns sind wir jetzt voll Fallschwurm. Also wir sind voll Fallschwurm, Ich hoffe, dass man schon da muss. Na, Schule! Komm mal hoch. Oh, komm mal hoch. Da, wo ist ein bisschen drin? Nicht so hoch. Man sieht es gar nicht! Toll! Also Zimmers weg, wenn man sagt und dann passt und dann geht es wieder mit und dann kann es wieder so machen. So schneider! Ich mache es jetzt während des Zimmers. Zimmers weg! Zimmers weg! Echt? Boah, ja, stimmt! Machen Sie, oder? Und wenn da oben sind ich meinen Speicher voll! Wenn da oben sind, dann fängt es wieder auf! Klapp! 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 Das war's für heute. Guck mal, da rein, das sieht man los. Larnschule. Oh, guck mal, guck mal. Ey, da sind sie. Guck, sind sie schick. Ne, Autos. Guck mal, wir sind am grünen Magen. Und ihr habt ein grünes Oberteil an. So. Fahrt denn? Oh, es ist relativ. Die Uhr ist noch nass. Da wollen wir so einen Wasserband. Da fahren wir gleich die nächste. Jetzt ist die Uhr der Fenster. Jetzt ist noch nass. Ich bleibe! Ich bleibe! Ich habe dich gut. Ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Fähne ich mich nicht. Fähne ich! Mama! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Einfach ein bisschen verkehend, dass wir sieben, dass wir alle sind. Mama! Mama!